Wissen Sie, was all diese Menschen gemeinsam haben? Amelie, Amelie Poulin, sie wird ihr Leben verzaubern. Sag mal, Papa, wenn du einen Schatz aus deiner Kindheit wiederfinden würdest, wie wäre das für dich? So langsam wie der arbeitet, da bist du ihnen sicher keine Radarfalle. Stimmt doch, oder? Vielleicht tut sie alles, um das Kuddelmuddel im Leben der anderen zu ordnen. Was ist mit ihr? Wer wird sich um sie kümmern? Ich kenne sie überhaupt nicht. Na klar kennst du sie. Aus deinen Träumen. Sag mal, sie wird sich am Ende doch wohl nicht verliebt haben. Liebe auf den ersten Blick, die gibt es. Oh, Georgette, wie schön Sie sind, wenn Sie erröten. Das ist meine Erophagie. Sind Sie das? Natürlich, das sind Sie. Nach Delikatessen und Alien 4, der neue Film von Jean-Pierre Jeunet. Die fabelhafte Welt der Amelie lassen auch sie sich verzaubern. Und Lady Di? Glauben Sie, die haben das gleiche gemacht mit Lady Di? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.